Sifu Tassos demonstriert Wing Chun Abwehrmöglichkeiten gegen bewaffnete und unbewaffnete Angreifer und wird das Chi Sao, zu deutsch, die klebenden Arme zeigen. Musik Gerade bei Angriffen auf engstem Raum bietet das Wing Chun außergewöhnliche Verteidigungsmöglichkeiten. Applaus Das war eine Selbstverteidigung für den Fall, dass sie in einer Telefonzelle angegriffen werden. Musik Zum Schluss ein Beispiel für die Schlagkraft eines Wing Chun-Fauststoßes. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020